Grüß Gott! Das berühmte Gesetz gegen Gay-Propaganda, Pride-Verbote in Moskau und anderen Städten sowie zahlreiche politisch verfolgte Gay-Migranten im Westen. Ein Gay-Habe in Russland nichts zu suchen. So wird es sehr oft gesagt. Heute zeige ich einen Mann, der sich im System von Putin ganz gut zurechtfindet, obwohl oder gerade weil er gay ist. Abla Palabra Abla Palabra Антон, если честно, мы все здесь собрались из-за вас. И это вообще история про любовь, в обстоятельствах, в которых любовь, казалось бы, невозможна. Та любовь, про которую Спаситель как раз говорил в своей Нагорной проповеди, что сказано вам возлюбить ближнего своего и ненавидеть врага своего, а я вам говорю, возлюбите врага своего. Один из отцов-основателей христианства, Тertullian, говорил, веруй ибо абсурдно, потому что христианство, оно все абсурдно. А я горжусь тем, что меня ненавидят все, а я вас всех люблю. So eine Predigt über Christentum und Nächstenliebe erwartet man normalerweise von einem Priester. А потом мы с тобой один раз переспали, и вот. Ладно, ты crazy. Но я знаю. Да между нами ничего не было и быть не могло. Здесь есть очень богатый гей, который с кирчей структурами ничего не связанного с кирчей структурами. Прямо гей-гей? Прямо эгей-гей. Почему вы делаете это? Вы так открытым в России на телевидении? Потому что кто-то это должен делать. И он в России очень хорошо известен. Он стал известен, что он стал праздником. И он очень известный русский журналист и политический Стратег. Он работает для различного оппозиционного и политического Кандидата. sowie für verschiedenste staatliche und oppositionelle bzw. liberal gesinnte Mediaprojekte gearbeitet und sich dabei einen guten Namen gemacht. Interessant ist aber, dass er sich in diesem System sehr gut zurechtfindet. Vor ein paar Jahren hat er für sehr viel Kritik gesorgt, als er einen interessanten Text rausgebracht hat, nämlich über die Liebe zu Putin. Ich selbst erkläre, dass es sich in der Welt nicht so gut zurecht. Wie er selbst erklärt, handelt es sich dabei natürlich nicht um einen Aufruf Putin und das System anzubeten, sondern vielmehr darum, dass wenn man etwas akzeptiert, man es komplett akzeptieren sollte und natürlich daran arbeiten sollte, dass man die Nachteile des akzeptierten Systems eventuell verbessern kann. Seit ein paar Jahren ist er aber überraschenderweise für den staatlichen TV-Sender Russia Today tätig. Russia Today ist weltweit bekannt als ein Propaganda-Instrument des Kremls. Was aber nicht bekannt ist, ist die Tatsache, dass eine der Schlüsselfiguren und einer der Stars bei diesem Medienprojekt Herr Krasowski ist, nämlich ein Gay. Alle героини, alle счастливые, alle lieben sich, alle lieben sich, und nicht, dass sie gegen Putin, sondern in der Realität alle glamourige Mädchen für uns. Ich bin nicht froh, dass sie Jülia Nawal für unseren Präsidenten wählte. Aber jetzt ist es nicht so gut, dass sie nicht auf die Seite sagen, dass sie für die Regierung ist. Alle wollen sich jünger und glücklich sein. Mädchen, genug ist, ich weiß alles, ich weiß alles. Dabei äußert er sich ziemlich offen dazu, dass er gay ist und dass die Gay-Rechte in Russland weit davon entfernt ist, was er sich als gay vorstellen würde. Er darf, wie wir sehen, auch sehr offen über seine Einstellung Putin gegenüber sprechen. Niemand hindert ihn daran und das alles, obwohl er für den Staat arbeitet. Interessant? Naja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob euch dieses Systemparadox erscheint oder nicht. Alles Gute!